Ja, der fliegt immer noch. Das macht dem nichts. Naja. Tja, warum nicht? Oh, das bietet sich ja an. Oh, da ist aber was explodiert da unten. Oh, ha. Jakst du jetzt gerade über dem Platz? Achtung, 666. Nee, da ist einer über dem Platz. Hat 6. Tiefer Platz 6. Hat eine 109er 6. Ja, okay. Das sind jetzt drei Kontakte, ne? Victor, ich komme jetzt rein. Ja, das bin ich. Ja, ich habe sie getroffen. Sie hat Radiator. Ja, kommt runter. Boah, wie viel hält denn der aus hier, der Kollege? Ist doch ein Spitfire da. Ist noch eine intakte oder nicht? Ja, ja, ja. Da eine ist fit und eine hurry, wie sie aussieht. Oh shit, wo bist du? Ja. Vielleicht flack? Ziehst du gerade hoch? Oh shit, was ist da denn los? Ah, ich habe die qualmende Harry oder was auch immer, die mich verfolgen. Ey, das kippt so. Boah, ich renne. Pass auf, 6. Ja, hinter dir. Das sind zwei Kontakte. Ich versuch's. Ja, ich bin ja jetzt rechts von mir. Ja, versuch's zu überleben. Ich bin gleich hinter ihm. Ja. Ich versuch's hinterher zu kommen. Eine. Relativ nah. Ja, ich gleich hoffe. Na ja, ich bin gleich dran. Ja, ich hab's erwischt. Ja. Ja, ich hab's ordentlich erwischt. Ja, der Rauch, der war so derbe. Keine Ahnung. Das war die, äh, Phosphor-Molition. Ja, das hab ich ja auch noch nicht ergeben. Da hat ja alles gebrannt. Ja, Viktor. Also, das, das hat ja nur gebrannt. Das ist ja krass. Boah, ey, da brankte ja alles. Beige flächte und verhumpft. Ja, das ist ja krass. Boah, ey, da brankte ja alles. Ja, das ist ja krass. Ja. Ja. Advent, Advent, um die Höhe, um die Höhe, um die Höhe. Erst links, dann rechts. Dann das Mittelteil. Und dann, oder wie ihr da, ein Plätzeltopf. Ja, tell man ernst, aber dann kennt keiner von euch beiden, ausser doch Fritz. Boah, das gibt's doch nicht, du, jetzt hab ich ne Spit am Arsch, nein! Naja, kein Grund zur Ursache.